So, wuhu, shake it. Oh, Speedhacks, das geht echt schnell. Geh mir aufs Weg. Warum bin ich grad zurückgerannt? Alter, des Todes. Der Junge geht ab. Ich hab keinen Bock, um Pokémon zu begegnen. Ja, und ich geh trotzdem rein. Und taub sie wieder. Männlich sogar. Ich find ja die Rivalmusik in diesem Spiel richtig cool. Und diese Musik steht ja auch ab. Ist das hier eine neue? Haben wir jetzt schon Poké-Bälle? Ich hab gar nicht so oft geachtet. Ähm... Ne, okay. Nein, ich hab nicht auf den Bildschirm geguckt. Oh, Mann. Wir können ja noch mal Schaden zu fügen. Und jetzt, adios, amigos. Okay. Ganz schnell zurück, ganz schnell zurück. Komm, komm. Rinn dagegen, du. Oh, Alter. Du bist ein... Oho, ohne Pokémon. Und warum kommt man immer an die Kanten hier? Man kommt nicht rein. Es regt auf. So, hier sind wir im Vertania-Wald. So, hier... Boah. Ein Saftkorn. Das schnetzen wir jetzt aber nicht weg. Vielleicht gibt's viele Erfahrungspunkte, aber... Finde ich unnötig, Alter. Pikachu. Das kommt hier nur ganz selten. Und das schnetzen wir nicht, weil es Donnerschock schon drauf hat. Und ich hab Angst, ob sie direkt down geht, ja. So, dich haben wir geschnitten... Warum speedig weit? Das tut mir leid. Oh, in der ersten Generation mal so hästlich, ne? Da konnte man gar nichts mehr machen gegen Klammergriff und so weiter. Da konnte man sich nicht bewegen, Alter. Warum treffen wir denn nicht? Du Arsch! Wir haben verlo... Nein. Warum habe ich denn nicht Schlafpuder eingesetzt? Das habe ich doch auch noch. Oder Giftpuder. Okay, das hätte wahrscheinlich nichts ausgehört, aber... Wir hatten Schlafpuder. Och, Mann. Ob das jetzt erlaubt ist? Jo, wahrscheinlich. Scheiße, Taubi, stirbt uns weg. Ich denke, es ist okay, wenn wir durch Gift sterben. Und dass wir uns dann wiederbeleben, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ein Wechsel bringt es auch nicht, weil es ja auf dem Weg spätestens stirbt. Haben wir ein Gegengift, dass ich vielleicht Bescheid weiß? Warum habe ich mir kein Gegengift verdammt nochmal gekauft? Ey, das drückt auf. Ich wollte mir doch Gegengift und Parade und alles holen. Ne, ne, ne. Ich geh zum Bertania bald. Junge. Ähm, ihr solltet nicht denken, dass ich fett bin. Ich bin nicht fett. Keine Sorge. Aber ich bin bereiter als der Türsteher. Nein, Spaß. So. Ich bin auf dem roten Bereich geschwächt. Zumindest fällt mir keiner ein. Oder ich bin einfach ein weiblicher Let's Player. Beziehungsweise Let's Playerin. Ähm. Mir fällt keiner ein. Haha. Ich nenne es einfach Taubi. Mann, bist du einfallsreich? Ja, danke schön. Danke. Das geht wenigstens down. Ey, Alter, willst du mich verarschen? Wenn Radfratz das hier noch rege, dann bin ich echt stolz auf das Vieh, ey. Dann bin ich stolz. Aber ich weiß nicht, welche noch auf mich zukommen. Du meinst, er wird sicherlich geben. Ein Radfratz, okay. Das müsste ich down bekommen mit einem Hyperzahn. Das hätte zurück. Das überlebe ich nicht. Ich darf keinen Trank einsetzen. Vergesst das nicht, Leute. Okay. One hit. One hit. Nice. Jetzt noch das nächste. Jetzt noch das nächste. Bam, komm, komm. Ich hoffe, du man da kann nichts. Ich probiere mal. Bin ich schneller? Ja. So gibt es, man glaube ich, immer schneller. Nein. Hyperzahn. Fütter es, tötter es, tötter es. Na. Ich komm aus. Scheiße. Du sollst schlafen. Verpiffst dich. Okay, mein Team wird zerschnetzelt. Nein, warum? Warum habe ich jetzt ihn reingetan? Och man, Rankenhieb. Das ist doch dumm gewesen. Gandolf? Was? Gangolf? Geiler Name, mein Freund. Äh, Raupi. Das kann ich Ihnen dafür einen Namen geben. Oh. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, aka. Tauboga!